Hey, Uwex hier zu einer weiteren Folge von DSJ4. Ja, wir sind wieder zurück und ja, heute geht's weiter im zweiten Durchgang. Wer wird die ersten Punkte, wer wird in die Top 10, äh, Top 10, genau, wer kommt in die Top 10 rein? Das und vieles mehr und vor allen Dingen, wer gewinnt hier und heute. Das sehen wir gleich in den nächsten 10 bis 15 Minuten. So, Nico Kütosahu eröffnet den ersten zweiten Durchgang als erster Springer. Können sehr, sehr viele mit einem guten Sprung natürlich weit nach vorkommen, gilt aber natürlich auch dasselbe für nach hinten. Er eröffnet den zweiten Durchgang mal mit einem 125-Meter-Sprung. Weiter geht's mit Francesco Ciccon. Der junge Italiener. Was kann er hier schaffen? Ein bisschen kürzer, rund 24 Meter, gute Noten zwar, aber es reicht nicht, Rang 2. So, weiter geht's direkt mit Zähnepreuz. War auf Rang 28. Sein Bruder, ja, auf Rang 2. Sein Ältester, also er mal auch mit einem sehr, sehr soliden Sprung auf 133 Meter. Die dritte höchste Weite, die wir an diesem Wochenende gesehen haben. Und das ist auch schon mal eine Hausnummer, der wird auf jeden Fall auch ziemlich weit nach vorne rücken, würde ich jetzt mal behaupten. Jukia Sato, schon in der Luft. Kann da auch mit diesem Sprung nicht mithalten, aber es reicht zumindest mit 127 Meter mal für Rang 2. Nächster Springer, Anze Seminic. Für die Slowenern. Ja, gut macht er das. Alles klar. 131 Meter, gute Noten. Rang 2, zwei Punkte für ihn da doch. Also Zähnepreuz hat da schon ein bisschen Vorsprung rausgeholt. Weiter geht's mit Michael Heiböck. Das schreit eher nach Rang 3 oder schlechter, der fällt da auch zurück. Ein Pünktchen wird's heute werden für ihn oder zwei, aber das war's dann auch schon für ihn und heute. Immerhin. Fix qualifiziert wird er auf jeden Fall nicht sein. Weiter geht's mit Roman Trofimov. Für die Russen. Auch er ein sehr starker Sprung. 131,5 Meter reicht jedoch nicht für die Führung, aber für Rang 2. Andreas Wellinger. Sein Comeback scheint ja gut zu laufen hier. War Rang 22 nach Durken 1. Und jetzt wieder ein sehr solider Sprung. 130 Meter hier. Rang 4. Voller Position zwar nicht so gut, aber ich denke, es werden vielleicht noch ein paar Leute zurückfallen. Und dann kommt es zumindest in den Top 20 wieder vor. Ati Aigro. Auch sehr, sehr solides Wochenende von ihm. Auch hier ein sehr starker Sprung wieder. 132 Meter. Gute Noten. Das reicht ihm sogar für Rang 1. Da nimmt der 10. Prius mal die Führung weg. Nächster Springer. Ito Nussi einen nächsten 10. Am Öffner der. Ich weiß nicht, wo ich hinwollte mit diesem Satz, aber hey. Er öffnet die nächsten 10 Springer quasi von dem zweiten Drittel. Quasi. Ja. Rang 5 mittendrin. Solide. Weiter geht's mit Wladimir Zogravski. Der einzige Bulgare seit Jahren. Aber wem mal sehr solide unterwegs. Rang 6. Hier für Wladimir Zogravski. Nächster. Philipp Aschenwald. Der Sieger des letztjährigen Cups. Er braucht jetzt schon einen ordentlichen Sprung, dass er da in die Top 10 noch kommen kann. Er macht einen sehr guten Sprung. Reicht das für die Führung? Nein. Reicht das nicht. Er ist ex Eko. Auf Rang 2 mit 10 Priots. Da muss ich schon hoffen, dass er da noch unter die Top 10 kommt. Nächster Springer. Domen Priots. Einer der drei Priots Brüder. Die dieses Jahr hier mit Springer. Der hat hier auch leichte Probleme. Hier im zweiten Durchgang. Und rutscht auf Rang 9 zurück. Nächster Springer. Daiki Ito. Seitenwind. Ein bisschen Aufwind praktisch schon, um ganz nach vorne zu kommen. Aber trotzdem sehr, sehr solide. 130,5 Meter. Das ist im Moment Rang 4. Jevgeni Klimov. Der hätte doch die Bedingungen, um jetzt wieder einen guten Sprung unterzusetzen. So. Sehr, sehr stark. 134,5 Meter. Da gibt es nichts. Das ist auf jeden Fall Rang 1 für Jevgeni Klimov. Und zwar sehr, sehr deutlich. Weil es auch der beste Sprung in diesem Durchgang war. Das war mal eine Ansage von ihm. Vielleicht sogar für Top 5 oder Podium. Ich weiß es nicht. Aber schauen wir mal, was jetzt Simon Ammann macht. Hatte eine sehr, sehr starke Qualifikation. Und ganz okay einen zweiten, äh, ersten Durchgang erschafft. Mit 132 Metern. Das ist sehr, sehr solide. Das ist auch ein zweiter Rang. Aber mit ein bisschen Vorsprung auf den dritten. Weiter geht's. Rang 14 war Alex Insam. Also der ist dann in der letzten Saison auch am Anfang gerne mal so zwischen 10 und 15. Und dann lässt er ein bisschen nach. Aber hier Rang 10. Also der ist immer wieder mal dabei. Aber hier und heute reicht's nicht für eine Top 10 Qualifikation, was sehr, sehr wichtig wäre für das nächste Springen. So viel steht ja mal fest. So. Das ist Ancelanischek gewesen, der hier mit 31 Meter auf Rang 4 steht. Wie Philipp Aschenwald, wie Zene Priots. Also da wird's knapp mit dem Top 10 bei denen. Aber wir werden sehen. Yonushiro Kobayashi. Einer von vielen Zehnten. Das waren ja, glaube ich, 4 auf Rang 10. Und Jena fällt jetzt auf Rang 15 zurück. Sehr weit zurück damit. Marius Lindwig, auch auf Rang 10 gewesen. Wenn die ganzen Zehner mal vorbei sind, haben wir schon mal einen, der zumindest fix qualifiziert ist für den ersten Durchgang nächste Woche. Heißt noch lange nicht, dass er auch Punkte machen wird dort. Aber das ist schon mal eine sehr, sehr safe Nummer dann. Auf jeden Fall safe, als wenn er es nicht machen würde. Dann muss es doch zwei Runden statt durch eine. Ihr wisst ja, wie es ist. Hier Rang 2 jetzt für Marius Lindwig. Der hat sich da reingeschlängelt zwischen Klimov und Amann. Klimov noch immer sehr, sehr gut unterwegs. Der könnte doch immer auf Podiumskurs sein. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht eben mit Timmy Zeitz. Auch eher Seitenwind. Aber das macht ja nichts. Muss nichts heißen unbedingt. Auch sehr solide. 130,5 Meter. Das ist Rang 4. Da ist er gut dabei. Aber ist halt nicht top. Und jetzt haben wir schon mal der Erste, der fix qualifiziert ist. Und danach, nach Anti-Alto, den Zweiten. So, wohin kommt Alto? Alto kommt auch gut runter, aber nicht ganz nach vorne. Er reicht, aber jedoch Rang 2 mit Marius Lindwig. Ex-Equo. Also langsam wird spannend. Mit Stefan Laie noch 8 oben. 131,5 Meter ungefähr für ein Podium im Moment. 131,5 Meter reicht, okay, im Moment für den Zweiten. Also 133 Meter für den Ersten ungefähr. 131 für den Zweiten. Also Klimov noch immer vorne. Reicht das für ein Podium? Aber es reicht zumindest mal für die Top Ten, dass er sicher da drin steht. Weiter geht's mit Halvor Egner-Granerud. Der hier doch ein paar Probleme hat über den Vorbau. Und dann nicht sehr weit kommt und auf Rang 20 zurückrutscht. Nächster Springer. Jakob Wollny. Bar auf Rang 6. Sehr, sehr starker Sprung. Gleich direkt vom Anfang des Durchgangs. Und heute, hier und heute im Zweiten auch wieder sehr stark. Und durch seine Noten geht sich da die Führung aus. Für Jakob Wollny, die er jetzt von Klimov abnimmt. Also 131 Meter braucht man im Moment für die Führung. Und noch 5 oben mit, inklusive Jan Hörl. Der letztes Jahr ja auch sehr, sehr stark war. Rang 2 geworden ist im Gesamt-Weltcup. Und hier jetzt wieder sehr solide dabei ist. 129 Meter reicht nicht für die Top Ten heute. Rang 8 im Moment. Vor seinem Konkurrenten aber Philipp Aschenberg. Muss man auch sagen. Vier nach oben. Piotr Schiller jetzt. Könnte hier die totale Polen-Show werden tatsächlich. Wenn man hier noch sieht, wer hier alles noch da ist. Und da ist Piotr Schiller mit 133 Meter. Und er führt hier klar und deutlich. Erstmal. Und es sind noch drei oben. Okay, es gibt kein rein polnisches Podium. Ich habe gedacht, da ist noch jemand. Aber das ist nicht der Fall. Aber es sind noch drei oben und zwei davon sehr, sehr ungewöhnliche Kandidaten. Zum Beispiel einmal Andrew Urlaub, der hier überhaupt seinen ersten Tag hier hat im DSJ4-Universum hier bei uns. Und der gleich ziemlich gut springt. Es wird kein Sieg. Es wird vielleicht auch nicht die Top Ten. Aber es war sehr, sehr solide. Der 131 Meter, Rang 8 hier von ihm. Und jetzt sind noch zwei um Piotr Schiller definitiv mal am Podium. Einer davon jetzt eben Peter Preutz. Was kann er hier machen? Ob das reicht, ist auch eine Frage. Kommt mir sehr, sehr flach vor. Reicht nicht ganz. Reicht nicht ganz. Das ist Rang 4 für Peter Preutz. Damit auch Jakob Warni am Podium. Aber McKenzie Boyd Close hat doch schon einiges mehr an Vorsprung als Preutz gehabt auf die. Also mal gucken, was jetzt hier McKenzie Boyd Close macht. Gelingt ihm hier die absolute Sensation? Oder schafft er ein Podium, was auch noch sensationell wäre? Aber das Wichtigste ist, kommt er noch in die Top Ten mit diesem Sprung? Nein. Das geht sich nicht aus. Er hatte einen sehr, sehr super Sprung. Aber das war es dann leider auch bei ihm dieses Wochenende. Eieieieiei. Aber damit doppelpolnischer Erfolg hier. Piotr Schiller vor Jakob Warni und Yevgeny Klimov. Es klingt sehr realistisch. Also es klingt möglich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Warni so gut ist. Aber es klingt möglich. Absolut möglich. Was sehr interessant ist, mal hier zu sehen. Mal gucken. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Ergebnis hält. Danke fürs Zusehen. Das war das erste Springen der Saison. Und nächste Woche reisen wir weiter nach Ruka, beziehungsweise Kusamo. Und ja, das war es dann. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und springt schon brav weiter. Bis zum nächsten Mal.